ich bin jetzt fast gewillt ja schlafen kann ich mir zurzeit nämlich nicht so sehr leisten muss ich ehrlich zugeben deswegen bin ich echt gewillt kurz hoch zu gehen und hier zu speichern ja hier war ich nicht hier muss ich nicht rein sondern hier drüben ja du kannst ruhig kommen ja du kannst auch ruhig kommen so dann ist wenigstens der eine von euch tot und mit dir kann ich dann schön tanzen so auch noch ein kaufeln ja bei denen kann ich nicht froh sein dass sie so leicht zu unterbrechen sind so ich komme immer noch nicht an die truhe ran ist ja behalb so wild und das finde ich jetzt eher unschön da kommen ja noch mehr von denen ja wo keine auch das hat jetzt getroffen und der mit der bloßen faust zu schlagen das bringt nicht viel ja ich konnte tatsächlich das erz hier reinlegen nur was hat das jetzt gemacht ach so hier ist noch mal ein erzteil ja gut ich höre hier stelle ich im hintergrund schleime und hier sind auf jeden fall mehrere conduits hier und drüben auch der schalter macht halt nichts hier haben wir schon was reingelegt gehabt ihr ja auch fackel rausnehmen bringt auch nicht viel du hast schon wieder hunger bei dir geht's noch bei dir auch bei dir naja ich warte mal ab bis wir im roten bereich sind da ist keine druckplatte da ist die druckplatte okay da ist die druckplatte oh hi crowburn crowburn sind nicht so gefährlich so level ab für dich du kannst schon heavy armor also gehst du jetzt mal nur auf schwerter ah ja wir haben jetzt gerade hier was aktiviert ernsthaft damit hätte ich jetzt nicht gerettet wenigstens funktioniert turn on dead richtig gut ja bitte öffnet uns wieder den bereich dort ah da war ich im weg und meine ganzen steine sollte ich dann auch wieder einsammeln das war ein satz mit x das war ein stein anointed maize ziemlich starker maize aber minus 5 echo ist sie halt und ja auf der anderen seite sind auch noch ein paar untote so knall mal gegen mich genau das ging voll kann ich da leben und ja abflug nach unten einmal heilung äh feuern die platten jetzt nicht mehr oder was doch feuern noch garstig wäre es wenn jetzt die untoten im weg gestanden wären ich habe wieder alle sechs steinchen zirke zirke protection stärke schock resist du machst dexterity ich würd gern wissen wie man da die Charges verwendet pedofall has been activated ok ja das hat mich zu den beiden gegenständen gebracht aber nicht an die trolle in der mitte an die würde ich nämlich gerne noch kommen ihr seid alle massiv hier ist nichts und ich klicke gerade ein bisschen wild rum für den fall dass ich irgendwo was übersehe ok du hast du mal so kriegst du mal was zu essen ja federfall ist deaktiviert worden auch gut guck ich einfach nochmal auf der anderen seite weil der weg zur trolle ist immer noch zu ich höre steine hinter mir ok dann wäre ich dann hier mal ab habe ich jetzt auf der anderen seite was geöffnet nein hier habe ich nichts geöffnet ich habe ein entferntes grinding of stone hinter mir gehört ok hier fällt grinding und stone und stone behind you ok ich klicke es nochmal an weil jetzt habe ich schon zum dritten mal angeklickt gehabt wo wo ach so hi merke ich jetzt erst gib ihm mal was zu essen so und dann wird sie wieder das vieh weg so ziehe ich mal zurück sonst macht sie nur und secret ninja coal protection evasion das ist was für dich tethered cloak fehlt dir nur einer antivillen das ist der saphir magic arrow den kannst du doch bereits oder ja und dann wird sie über die indenstrahl und dann wird sie weiter oben bis zum nächsten Mal wir wir Vielen Dank.